Der Ort der letzten Ruhe soll ein Ort der Begegnung der Lebenden mit Erinnerungen sein. Der Ruheforst Westmünsterland-Kosfeld ist ein besonderer Friedhof. Ein Ruheforst vermittelt den Menschen das gute Gefühl, in die Natur aufgenommen zu werden. Unter den stattlichen Kronen eines naturbelassenen Eichenmischwaldes findet ein geliebter Mensch im Ruheforst Westmünsterland-Kosfeld seinen letzten Platz. Gelegen abseits der Betriebsamkeit des Alltags im schönen Münsterland nahe der Kreisstadt-Kosfeld. Ein Ort der Ruhe und Harmonie. Für die Hinterbliebenen und ihre Gedanken bietet dieser Ruheforst Raum und Zeit. Der Ruheforst Westmünsterland-Kosfeld. Ruhe finden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017